Papa ist auf dem Weg zur Arbeit. Papa, der lacht und sich selbst nicht so ernst nimmt. Zoe! Zoe! Auf Zukunft! Papa wurde bei der Bank, wo er arbeitet, befördert. Er arbeitet seit 14 Jahren mit demselben Taschenrechner. Kannst du dir das vorstellen? Ein Schlingel, oder? Das sind sie, ein großer Schlingel, nicht? Ich habe gekündigt. Gekündigt? Neuigkeiten. Ich habe nachgedacht über meine berufliche Situ... Du sagst kein Wort. Papa wird Schauspieler. Hä? Schauspieler. Ja, du wirst mich vielleicht bald auf der Bühne sehen. Welcher Bühne? Du wirst dich völlig lächerlich machen. Papa ist aber nicht lächerlich. Zoe, selbst wenn alle Schauspieler gleichzeitig tot umfallen, kriegt Papa noch lange keine Rolle. Theater. Warum nicht gleich Oper? Zoe ist zwölf Jahre alt. Du bist erwachsen. Vielleicht sagen wir den anderen lieber nix. Wie findest du's? Burnout, 100% sicher. Den nehmt ihr euch mal normal, hallo? Du lebst dich noch ein bisschen ein. Hm? Mein Glückwunsch. Habe ich sie im letzten Star Wars gesehen? Oder habe ich das geträumt? Ich habe eine Rolle. Shakespeare, Moliere, Tschechow. Tschechow. Nein, nein. Ein Würstchen. Mein Fähnchen, einen vollwertigen Fleischersatz. Was? Komm, komm, schnell, beil dich. Bleib du ruhig hier. Vielleicht suchen sie ja noch ein Fischstäbchen. Oder eine Käsekrokette. WOff im Anfang. Was? W studying? W W W W W W W W Untertitelung des ZDF für funk, 2017